Guten Tag und Willkommen zu einem neuen Part von KOSAKSPEC TOUR. Wir waren hier stehen geblieben. So, ihr bleibt dann aber hier stehen. So. Die bauen noch. Ihr könnt ja auch hier runter. Da. Was brauchen wir hier? 7-7? Passt noch nicht ganz. Die machen hier schon das Ding kaputt, ey. Jaja, passt schon. Da, wir brauchen Gold und haben das hier. Ja. Ach, na. Wir holen's. Hm. Es nervt. Sehr schön. Nicht. Warum geht denn ihr da hin? Ach, ich weiß, warum die so gut sind. Weil das Telefon klingelt. Schön. Tut mir jetzt echt leid. So. Die noch da rein. Die sind nur richtig gut erforscht. Wieso macht ihr denn meine Dinger kaputt? Wieso macht ihr denn meine Dinger kaputt? Guck, die sterben schneller. Guck, die sterben schneller. Gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Dann müssen wir schnell handeln. Junge, diese Türme, ne? Die machen, glaube ich, mehr kaputt als alles andere. Ich werde schon wieder attackiert, ey. Ich werde schon wieder attackiert. Ich werde schon wieder attackiert. Ich werde schon wieder attackiert. Ich glaube, ich feile gerade ein bisschen. So. So. Boah. Schnell, schnell, schnell. Ich brauche mein 18. Jahrhundert. So, endlich. So. 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 Komm, baut schneller Hier haben wir die Die brauchen ewig, ne? Boah, ich verkack gerade Sollte eine Schnelle Runde werden Hier aber die Wären noch richtig schnell gebaut, ne? Nichts geschützt, ey Gold 25.000 Na, auf was greifen? Ach, die greifen nur die Türme an Gut Oh, Timer schon wieder um Guck mal, wo die stehen Oh, die blau Danke Ich glaube, ich muss erst mal auf Masse produzieren Und dann auf Klasse Aber, ich habe ja eben gesagt, der Pfad ist vorbei Deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung Dort ist Twitter und Facebook verlinkt Lass ein Abo da, da würde ich es ja freuen Und verpasst ihr auch nichts mehr Ja, und wir sehen uns dann Morgen im Part Scheiße Ich habe Junge, 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 ich bin ja echt ein Buh, man. Na ich sag dann mal tschüss, bis morgen, tschüss.